Frau Rose, Ihr Tipp für die WM, wie weit werden wir kommen? Na, ich hoffe ins M-Finale. Ich hoffe es sehr. Dass es Ihnen schwer wird, ne? Es wird schon mit dem Kopf sein ein bisschen schwer, aber wir drücken natürlich die Daumen, dass wir es schaffen, ne? Und wo gucken Sie selbst? Vor Hause, auf der Couch, nach der Arbeit. Vielleicht im Endspiel dann mal mit Freunden irgendwo. Na, Pinter, aber sonst zu Hause. Ja.